Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Liebeszauber 21. August 2017 Ein Herzesmann oder eine Herzesdame kann ich nicht erzaubern. Aber ich kann die Liebesenergie beschreiben. Welche Tierkreis zeichnen vermittelt diese Energie? Das ist immer noch die Tierkreis zeichnen Fische. Besonders die Fischengeborenen haben Glück in die Liebe, die am 18., 19. und 20. März Geburtstags haben. Diese Liebesenergie wirkt nicht nur bei den Fischengeborenen, sondern auch bei Krebsgeborenen und auch bei Skorpiongeborenen. Wo ist diese Liebe? Das ist auch wichtig zum Erkennen. Wo ist die Begegnung? Wo, in welchem Umfeld haben wir gerade Glück? Das ist der Alltag. Das kann Einkaufen sein, ein Spaziergang, wo wir den Alltag uns bewegen. Das kann auch der Arbeitsplatz sein. Aber hat auch die Gesundheit, die Gesundheitswesen auch gerade eine Rolle. Das kann eine Arztpraxis sein oder Krankenhaus oder ein Kurort oder eine Wellness-Oase. Aber auch eine Ausbildung oder eine Fortbildung. All das, was mit Gesundheit und gesundes Ernährung was zu tun hat. Aber das Leben ist nicht immer so leicht und einfach. Wir haben immer wieder mal Hindernisse im Leben und wir haben immer wieder mal Lernaufgaben im Leben. Und wo liegen die Hindernisse oder was für Lernaufgaben haben wir gerade? Wir sollen weniger Gefühl zeigen. Geheimnisvoll erscheinen ist gerade ein Vorteil in der Liebenpartnerschaft. Und was sollen wir noch beachten? Alten Wunden loslassen und auf hier und jetzt sein und auf die Zukunft orientieren. Das ist auch ein Heilprozess gerade. Und wichtig ist die Befreiung und die Sexualität. Befreit gerade und wir sollen das auch genießen. Das hilft auch die Beziehung zu verbessern. Wenn jemand wissen möchte, welche Augenblicke im Leben spielt eine Rolle in Liebepartnerschaft und welchem Ort sollte man bewegen? Wo liegt diese Liebe? Wo ist die Begegnung überhaupt? Und wo sollen wir, wo drauf sollen wir achten? Wo sind die Hindernisse? Haben wir überhaupt noch Lernaufgaben? All das kann man maßgeschnitten anfertigen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Und das war mein heutiger Liebeszauber. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Und ich bedanke mich für das Zuschauen.